Liebe Studiebetreiber, Physiotherapeuten und Trainer, die FIBO steht wieder vor der Tür. Was wir euch in diesem Jahr an Neuheiten präsentieren, ist buchstäblich ganz großes Kino. Denn hier kommt Vision. Wir haben unsere eGym Kraftgeräte mit einem mega stylischen, 15 Zoll großen Monitor ausgestattet. An dem macht das Training noch mehr Spaß. Die beliebte eGym Trainingskurve ist in Full HD eine echte Augenweite. Für bessere Ablesbarkeit und noch mehr Motivation. Außerdem gibt es die eGym Geräte jetzt in einem richtig coolen neuen Farbdesign. Unsere populären Flexgeräte haben wir jetzt um einige ganz neue Linien erweitert. Zudem gibt es unsere Flex New Basic zu einem preislich sehr attraktiven Einstiegsangebot. Unsere Open-Cloud-Plattform eGym One verfügt jetzt über eine neue Cardio-Standardschnittstelle. So können wir Cardio-Geräte von noch viel mehr Herstellern an eGym One andocken. Wie das bereits mit etlichen Branchen Schwergewichten der Fall ist. Damit kommen wir unserer Vision der vollvernetzten Trainingsfläche, von der wirklich alle Mitglieder profitieren, wieder ein ganz großes Stück näher. Die neuen intelligenten Funktionen unserer eGym Trainer App erhöhen die Produktivität der Trainer weiter. Mit standardisierten Aufgabenketten tun die Trainer immer das Richtige zur richtigen Zeit. Und auf vielfachen Wunsch haben wir das beliebte BioAge jetzt auch in der Trainer App mit aufgenommen. Schaut euch auf der FIBO das neue Look and Feel der eGym Trainer App an. Die NetPulse App ist perfekt auf eurer Anlage gebrandet und wird somit zu eurer ganz eigenen Club-App. Eure Mitglieder rufen über die App Informationen auf, buchen Kurse oder nehmen am Belohnungsprogramm teil. Euer Studio, eure App, eure Mitglieder. Unser Firmenfitnessprogramm QualiTraining hilft euch dabei, neue Mitglieder in eurer Anlage zu bekommen, die für euch ansonsten nur schwer oder gar nicht erreichbar wären. Im QualiTraining-Netzwerk trainieren heute schon 60.000 Mitarbeiter aus über 1.000 Firmen in 2.000 hochwertigen Sport- und Fitnesseinrichtungen. Lasst euch diese Chance nicht entgehen. Also, besucht uns auf der FIBO, schaut euch unsere Innovationen an und probiert sie nach Herzenslust aus. eGym – We make the gym work for everyone.